Ich bin rausgesprungen. Aufm Dach. Oben am Dach, ja Hansen, kannst du hier mit... Oh fuck. Mit der Schrot? Wow. Ja, ich bin doch der da. Ja, das war's. Ich bin raus. Kein Bock mehr. Wenn der mich über 500 Meter mit der Schrot holt. Witz. Echt? Ja. Pass auf, wenn der Deck kann, kann ich auch. Was denn? Moment mal. Bist du noch als Spectator drinne? Nee, ich bin raus. Ich will jetzt wenigstens den Typen töten, der dich getötet hat. Ab ihn. Nice. Vector ist gar nicht OP auf Close Distance. Digga. Cool, ja. Cool, ja. Ich hole mir noch einen. Der steht hier oben in so einem Turm, Alter. Und checkt nicht, dass ich die ganze Zeit den Berg hochlaufe. Null. Drei Kills. Null. Viermal Scope für die AK. Was hat der denn? SKS? Neskal. Null. Null. Härskiltäck. Null. Perfektor ist ja mal EF, dich krass, ey. Wenn du so 10, 20 Meter vor dir stehst, fickst du die einfach weg. Das ist übel. So im Dauerfeuer, weg. Heftig, obwohl der Level 2 Helm hatte und so. Heavy. 5 Kills. 2 auf einmal fertig gemacht. Was ist denn Hansen? Du darfst nicht sterben. Oh, ich lebe immer noch, ey. Holy shit. Noch 12 am Leben. Das hört sich zu mir. Holy shit. 7 noch am Leben, ey. Holy shit. 6 andere noch. Alter. Und dann. Leider in der AWM, der killt gerade alle, Top 3, also 2 noch im Leben. Ich bin tot. Fuck! Dritter.